Heute tritt Mectum Tippi gegen Creepy Smile an. Mectum ist hauptsächlich durch seine APG-Reihe und von dem Kanal Schattenzirkel bekannt. Und Creepy Smile ist als Vertoner seit Anfang des Jahres dabei. Mectum. Dies ist die Geschichte eines jungen Soldaten, der endlich heimkam, nachdem er in Vietnam gekämpft hatte. Er rief seine Eltern aus San Francisco an. Mom, Dad, ich komme nach Hause, aber ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen Freund, den ich gern mitbringen würde. Sicher, antworteten sie. Wir würden ihn gern kennenlernen. Aber es gibt da etwas, das ihr wissen solltet, fuhr der Sohn fort. Er wurde während der Kämpfe schwer verletzt, als auf eine Landmine trat. Er verlor ein Arm und ein Bein. Er hatte keinen Ort, wo er hingehen könnte. Ich möchte, dass er bei uns lebt. Tut mir leid, das zu hören, mein Sohn. Vielleicht können wir ihm helfen, einen Platz zu finden, wo er leben kann. Nein, ich möchte, dass er bei uns lebt. Sohn, sagte der Vater, du weißt nicht, worum du uns da bittest. Jemand mit einer solchen Behinderung wird eine Belastung für uns sein. Wir leben unsere eigenen Leben und wir können so etwas wie das da nicht da reinlassen. Ich denke, du solltest einfach nach Hause kommen und diesen Kerl vergessen. Er wird schon einen Weg finden, um über die Runden zu kommen. An dieser Stelle legte der Sohn auf und seine Eltern hörten nichts mehr von ihm. Ein paar Tage später erreichte sie einen Anruf der San Franciscoer Polizei. Ihr Sohn fiel vom Dach eines Gebäudes und starb, wurde ihnen gesagt. Die Polizei glaubte, dass es Selbstmord gewesen sei. Die trauenden Eltern flogen nach San Francisco, um die Leiche ihres Sohnes zu identifizieren. Sie erkannten ihn wieder, was sie zu ihrem Schock jedoch außerdem entdeckten. War etwas, das sie nicht wussten. Ihr Sohn hatte nur noch ein Arm und ein Bein. Creepy Smile Dies ist die Geschichte eines jungen Soldaten, der endlich heimkam, nachdem er in Vietnam gekämpft hatte. Er rief seine Eltern nach San Francisco an. Mom, Dad, ich komme mal nach Hause. Aber ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen Freund, den ich gerne mitbringen würde. Sicher, antworteten sie. Wir würden ihn gerne kennenlernen. Aber es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Fuhr der Sohn fort. Er wurde während der Kämpfe schwer verletzt, als er auf eine Landmine trat. Er verlor einen Arm und ein Bein. Er hat keinen Ort, wo er hingehen könnte. Ich möchte, dass er bei uns lebt. Tut mir leid, das zu hören, mein Sohn. Vielleicht können wir ihm helfen, einen Platz zu finden, wo er leben kann. Nein, ich möchte, dass er bei uns lebt. Sohn, sagte der Vater. Du weißt nicht, warum du uns da bittest. Jemand mit einer solchen Behinderung würde eine Belastung für uns sein. Wir leben unsere eigenen Leben und wir können so etwas wie das da nicht hereinlassen. Ich denke, du solltest einfach nach Hause kommen und diesen Kerl vergessen. Er wird schon einen Weg finden, um über die Runden zu kommen. An dieser Stelle legte der Sohn auf und seine Eltern hörten nichts mehr von ihm. Ein paar Tage später erreichte sie einen Anruf der San Franciscoer Polizei. Ihr Sohn fiel von dem Dach eines Gebäudes und starb, wurde ihnen gesagt. Die Polizei glaubte, dass es Selbstmord gewesen sei. Die trauernden Eltern flogen nach San Francisco, um die Leiche ihres Sohnes zu identifizieren. Sie erkannten ihn wieder. Was sie zu ihrem Schock jedoch außerdem entdeckten, war etwas, das sie nicht wussten. Ihr Sohn hatte nur noch einen Arm und ein Bein. Wen von den beiden fandet ihr besser? Schreibt uns doch einen Kommentar. Schreibt uns doch einen Kommentar.